Ah, schon eine scheisse Map und scheisse Charakter, alles klar. Salofa! Salofa! Hey, buddy! Salofa! Chat. Absoluter Chat. Hey, hey, hey! Elf? Ja, exakt mein Gedanke. Oh, die haben Hanso. Mach ich hier, ich geh mal. Ich wollte gerade folgen. Warte, ich komm wieder zurück. Alles, nee, lass mich rein, oder? Ja, ich geh hier nach. Ja, ich geh andere weg. Ich geh großen Umweg, aber egal. Ja, die haben auch Mauga. Haben Hanso? Band ist gameplay, ich stehe auf der Stelle und halte linke und rechte Maustaste gedrückt. Hä? Was hast du gar nicht was hast? Halt, die haben zwei Zajas, perfekt. Hab'n zwei. Hab'n einen. Mauga ist da. Ja, Repay unten. Alter, den hole ich mir. Chat. Komm, wir pushen, komm her. Ja, warte, ich muss die Merci. Danke sagen. Äh, ich glaube, das ist zu weit. Nein. Aber natürlich haben die jetzt der Anna, was was sonst? Ist ja wieder klar. Hä? Hm. Alles gut. Okay. Ich bin dein Charmaine. Der kam gerade raus. Kam gerade raus. Oh. You three. Oh. Nice. Wobei ich sagen muss, ich hätte gerne unsere Ult-Kombo gesehen Wieso, wer warst du denn? Venture Achso, ja stimmt Was ist das für ein komischer Emote, Alter? Vollgeheilt Ich liebe da rüber Ich habe so eine Aufmerksamkeit Oh Die haben Anna Ich gehe mal gucken von der Seite, die haben Junk Red, Anna Junker Queen Ich gehe mal ganz nach hinten Ja, auf Punkt ist schon ordentlich Action gerade Ja, natürlich Die haben auch Junk Red, Achtung Achso, hast du schon gesagt Einer dumm Sie liebt mich und lässt mich einfach am Leben Und warte, bis die anderen kommen Halt Gott Nein, ich schaffe Ah ja, natürlich Das war perfekt gerade Nein, ich schaffe Greetings Greetings Ja, danke für den Start Geil, guter Rock Du standest still, er hat nicht getroffen Start Tracer Ja Ja Ja, genau Du hast ja viel mit dem Kill zu tun Okay, die Asher oben Weiß so halb, was sie macht Das ist echt so lost Kann nicht wahr sein Ich habe es halt beobachtet, deswegen So Wie dumm ist das denn Man ist instant wieder unsichtbar Wenn man Sein Trend zu kälter wird Oh Oh Gott, yo Widow Widow Chad, die Reaver, die bett sich Woher Bubi Ah ja, genau Du hast mich gekächt Stimmt Easy Die gehen einfach nicht auf den Punkt Was kann man so? Level 2 Venture Jawoll Ich bin's Oh, Level 3 Chad Ich wollte sagen Venture Main Genau, das wollte ich auch gerade sagen Ja Ich bin's Someone needs to kill this You don't know when to quit Come on Ah, so Ah, so Ah, so Wenn's aber auch in-game so stark wäre Was sagst du? Wenn's aber auch in-game so stark wäre Ja Schön wär's Ja Schön wär's Ja Schön wär's Wenn ich mal mit ihr was hinkriegen würde Hm Hm Wenn wir gerade einfach Eigentore, äh, so Clips von dem Eigentor geschickt, ich glaub's nicht Welches Eigentor? Achso Von dem EM-Spiel No way Hast du eigentlich von Man the Game gehört? Nee Ja Gut so Der snipe mich die ganze Zeit Ich hab den angemacht Ich wollte dann sagen Hallo Fast Boom Boom Wie willst du das machen? Polly Nein We can still be friends, right? Nein You really underestimating me? Nein Oh, ich hatte fast High Noon Oh, ich hatte fast High Noon Uh, okay, gute Map Six, six Und scheiß Charakter, alles klar Perfekt Ja Ja Oh, warum Break Warum Ball? Aha Im Magic, wir heulen jetzt einfach rum Und gleich gradieren wir auch nochmal So, alles verprügeln Ball Ich kann nicht sneaken mit Ball Nope Ich höre nur so ein Ne, 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 ne Wenn ich sneaken drücke Komm, ich geh hoch Ich geh jetzt High Ground holen Alles klar Ja, mein Pusher schon versagt Ah, ja Ich geh mal Du gehst alle bei den High Field Packs Danke Ich will dich hafen Ja, gut, wir haben zu viel Schaden im Nahkampf Hö, okay Geschweige denn ich zu wenig Ach Ah, Brick war eh scheiße Keine Verlust Okay Ey, Luca Na Ah Oben Sojourn und Zaya Ja, I see Doppelt Hält besser Wir sollten uns, wir sollten uns koordinieren damit Ja Oh, hätten wir den bekommen, ne Ja, ich weiß, hätten wir den bekommen, ne Sojourn auch one Ich geh da jetzt hoch I'm with you Ähm Hier ist ein Pylon Haha, du Widow Da ist ein Pylon drin In dem Flug Ah Oh, Jagger Queen Let's go Ich hab die Widow mal gemacht Ich hab die Widow mal gemacht Ich hab die Widow mal gemacht I can see I can see Hilario one Hab sie Ich bin die Dinger Storm Ich bin hier doch Dauert zwar ein bisschen, aber... Oh, die Maywall war gemein. Ich hab Wulz. Ja. Ich auch gleich. Ja, egal. All in. Let's go. Scheiße, ich bin eingesperrt. Oh, oh. Ich hab ein Problem. Anna? Sehr schön. Kuss an dich, alter. Ich hab die Anna von hinten geflankt, weil ich war von Mays Icewall eben geblockt, als ich geulzert hab. Nice. Okay, die haben... Interessante Helden. Wir haben Zen, Reinhardt. Aua. Warte, warte, warte. Zen, absolut one. Ja, weiß. Zen ist down, Ram hat ihn. Ich helf, ich helf mal kurz Ram. Ja. Tire low. Nice. Was? Oh. Falsch hast du. Wo ist he going? Warte. Guck jetzt, der Knife wird's. Warte, hier auf der Hinten? Ah, da pushe ich. Ich geh auf uns endlich. Ja, same. Okay. Okay. JQ ist nice. Damn yo, Widow. Da hinten. Ah, stimmt. Ich hab' vergessen, dass Junkrat mich gefiltert, der irgendwo hingeschossen hat. Scheiße. Können wir darüber reden, dass einer von denen der Junkrat-Buff Genji heißt? Können wir darüber reden, dass die James Bond haben? Wieso dich da um James Bond? Nee, den Stats, alter. Nein, er hat nen Kill. So. Der war ja 007. Greetings. Was, dold? Und der hat funktioniert, der arsch. Digga, wo sind die denn alle? No, Widow. Und der steht. Und der steht. Das ist die Widow. Und der steht. Das ist die Widow. Ey man, ich habe zwei Widows, toll. Shad. Oh, ist das doof? Ja, natürlich. W ist in der Stadt. Oh. Hello. Ich sehe, wer du bist. Salofa. Oh, schade. Wow. Oh, ich brauche sie eigentlich nur. Ich brauche auch sagen, Heilung übernehme ich. Du musst kurz nach Hallern. Ähm, okay. Au. Wieder. Achtung, du bist. Ich bleibe mal auf. Heil. Aua. Hab dich. Wenn du nach 16 Sekunden wartest, bevor du wieder trippst, dann kann ich dich auch gleich wieder... Gar kein Problem. Ja. Warte, ich gehe da hoch. Haben sie. Da hinten Hanson tot. Ja, ich gehe wieder zurück. Warte, 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 ich helfe kurz Junk. Okay, ich helfe ihm nicht. Ey. Ich habe die zweite Widow nicht bekommen, leider. Oh, Orisa. Was? Pass auf. Fahr auf dem Weg. Okay, wir gehen. Ey, diese Widow, ne? Ich habe Ulti. Ja, ich auch bald. Battle Mercy, let's go. Okay, das hat ja gut funktioniert. Hahaha. Ich denke jetzt auch, er ist cool oder so. Ich habe jemanden mit meinem Ulti erwischt. Nice, Chad. Warst du, Orisa, old. Ich habe auch kurz die Widow gepusht. Oh Gott, die hätten jetzt zwei Orisas gehabt. Oh Gott. Oh, das ist vorne vorbei. Ah ja. Na, ich nicht. Stimmt. War halt Elm mit JQ. Ja. Ich bin ganz supporter. Alter, habe ich schon. Immer in der Rolle, die ich kann. Die anderen kann ich nicht so gut. Ich mag die als Tank. Mich? Ja. Wieso? Ich mag die als Sigma. Achso. Rock. Rock. Da es noch kein Multi-Rock gibt. Oh mein Gott, kommt doch. Sigma Ulti-Change. Du hättest... Hätte ich ein paar Ideen. ...damals... ...Lore Accurate... Nee, nee, nee. Lore Accurate Sigma sehen sollen. Da bist du einfach free durch die Gegend geflogen. Das war geil. Das war ein Bug. Bester Bug, den ich je hatte. Und jeder hat den abused. Ah, das war Prime Overwatch. Wow. Ich bin gerade gespawnt. Ja, kenne ich gar nicht. Ach nee. Lass mich raten. Tank. Ja. Komm mal, Anna. Mach mal, ich dich da mal. Oh, Winter. Oh, warte mal, warte mal. Mach mal, Maschinengewehr-Rock. Obwohl, eigentlich will ich nicht Hawk spielen. Der wurde hart genervt. Egal, mal gucken. Egal, egal, egal. Ich bleib erst mal, Kiriko. Vielleicht ist er ja noch spielbar. Alter, 750 HP. Ich glaub's nicht. Echt, 50 HP ist jetzt okay. Weniger. Das ist jetzt nicht so viel. Ja, aber dafür diese Damage-Reduction um 10 runter, das ist broken. Das ist dumm. What's up? Dominanz gezeigt. Ich bin noch ein TP bereit. TP. 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 Da nicht. Ach, die haben Reinhardt. Ja, ich hab direkt den Fire Slash abbekommen. Hey, die spielen Mei Reinhardt, wirklich. In der Mitte, Hanso. Hey, Hanso sag ich schon. Dingens. Ich seh auch Zombra gerade. Ach ja, natürlich. Ja, natürlich, vielleicht gankt. Oh! Wie kann man so nervig spielen, wirklich? Das ist erfürchtelich. Alter. Lol, Chad. Ach scheiße, das bringt ja nichts mehr mit Zusuch. Ich kann ja keinen Shatter mehr zu suchen. Ja, ja. Finde ich aber auch gut. Ja, ich auch. Sonst ist die Ulti halt, ich wusste, dass wir die Geisha und die Kiriko haben, die gerade einen Susu-Ready hat. Und wenn die nicht vom Shatter selbst getroffen wurde. Alter, die Mei liest mich einfach wie im Buch. Ich glaub's nicht. Einfach mal so. Ja. Ich hab' auch Ulti, aber ich bin eingefroren. Wie hast du jetzt erst deinen ersten Kill gemacht? Ich hab' keine Ahnung, du hast keine Ahnung, was das Spiel ich hier gerade habe. Das ist absolut Stress. Ja, ich seh's. Ich bin ja dauerhaft dich am Heilen. Ja, ich krieg's ausmangelnd. Kann ich mit Zusu kann ich auch Zen-Orb wegmachen, ne? Ja, aber das bringt nicht so viel. Da geh' ich lieber ausm' Weg. Ja, ich weiß. Aber ich könnte es. Boah, der Hook war disgusting. Da ist die Zen-Ult rausge... Ähm. Alter, okay, reicht. Natürlich. Ach, Bär hat mich gekillt. Stimmt, der hat ja sonderlich viel mit dem... Warum bin ich eigentlich Andorne, der Supporter, der aufs Maul kriegt? Und sein Live-Video ist noch nicht einmal gestorben. Furchtbar, es kann nicht sein, dass ich Andorne gefokust werde, egal in welcher Runde. Okay, ich bin morgen da, bei dem Weg, den ich jetzt laufen muss. Der, von wo ich kommen muss, ich glaub's nicht. Ach, komm. Hab'n Tank gemein. Gute Lamp. Ja. Boah, der Zen. Der Zen kommt nicht. Komm schon, wo ist er? Okay. Hab'n gleich wieder Ult. Wird gleich wieder Ulten. Ich hab' auch Ult, dann kannst du Maschinengewehr machen. Ja. Warte, Hook. Drei, zwei, eins. Kann ich dich eigentlich durch Wände heilen? Nein. Okay. Die Ult. Shed-Ult. Das ist meine oder deine? Deiner. Ohne, die Ult hätte ich nicht. Eingekillt, glaub' ich. Ne, du gehst nicht ins Bauen, Kollege. Du. Ich hab' mich mal extra nicht. Okay, what? Bye. Das ist mein Tod. Wirklich? Die Ulten mich so? So, was machen die? So, was machst du? Ey. El May? Das ist ja spanisch. Was denn? Die Person, heißt die so? Ja. Oh, ich hasse mich. Näh. Ah ja, ich hab' mich übrigens teleportiert. Im Teleport kann ich nicht sterben. Nur mal so, Spiel, falls du da mal was von gehört hast. Ah, ich glaube, ich werde sterben. Ich muss hier weg. Ich muss hier ganz groß weg. Hopp. Ja, aber ab wann kann ich mich nicht teleportieren? Alter, Hook. Ey, ich hasse dieses Spiel. Wenn der Hook nicht funktioniert. Warte. Krieg ich den? Nein. Natürlich nicht. Ey. Find ich schon so ein God-Hook? Ich hab' ich mal weniger, dass du mich mehr heilen kannst. Ja. Ich hab' Ulti übrigens wieder, ne? Oh, ich auch. Ich hier rein und lölte jetzt. 3, 2, 1, jetzt. Ja, okay. Ich wund' ja. Okay. Das war kurz zu leben. Ich hab' das Ding kurz und zu speck gemerkt. Das ist gut. Ich hab's gar nicht gemerkt. Nur als ich tot war. Äh, ich... Was ist denn jetzt die... Ne, ich bleib' Hawk. Ne. Okay, gar nichts. Willpower burns within me. Ich hab' jetzt schon wieder Ult-Charge. Ich hab' fast so viel Heilung wie der in einer. Die krieg' ich noch. Ich hab' noch kein Zusug, tut mir leid. Das ist gut. Eben für... ...wenn anders benutzt. Ich schlafe. Ich schlafe. Ich schlafe. Ich schlafe. Du bist ausgezogen. Danke. Schade. Wollte eher noch haben. Wir gehen zurück. Lass noch Punkt. Lass noch Punkt. Okay. Ja. Nimm's hier. Stopp. Achso. Achso, er ist da eingegangen, wo ich vorher war. Ja, ja. Guck mir das mal an. Aber ich guck mir das mal an. Ah, natürlich. Nach mir. Du stehst neben mir. Du stirbst. Stark. Aber ich nicht. Nicht mal Damage bekommen. Ich hab' ihn selbst vor Dingens Ulti mit Suzu gerettet. Von Diva. Boah. Ich hätte dich auch gern mitgetroffen, nur du standst so weit weg. Ja, ich hatte meine Heilung. Ich kann eh nicht sterben. Ja, ich weiß. Du kriegst deine 40... Nee, 50% weniger Schaden. Das wird ja gebufft. 40. Das wird genervt. Achso. Doch andersrum. Aber ich merk's. Also, Rotor kriegt deutlich mehr Schaden. Ja. Amazing. Nein, die einer lebt. Die einer hat überlebt. Ich brauche mich mal kurz zurück. Ja. Ich komme zu euch. Verdammt. Haben Ult? Ich ihn noch nicht. Du nur hast. Mach einfach. Sechs Prozent. Sechs Prozent noch. Ich mach einfach. Also. Ja. Okay. Nächster musst du doch treffen. Muss ich sagen. Auch so ein Vorteil. Nein. Oh. Gut, dass ich... Rip. Ich springe runter. Ich springe runter. Hahaha. Ah, du bist so cool, Echo. Wirklich. Ah, der spielt Counter-Watch-Com. Fang auch mal an. Achso, bringt gar nichts mehr. Ah, perfekt. Sie haben Pallon. Was geht im Chat ab? You have so much to live for. Ja. Boah. Aufnehmen mit meiner Ulti. Ich... Schaubein. Ne. Da hatte ich keine Ulti. Sehen wir die grandiose Lamp noch. Oh, der Hook. Ja. Die Respekt Schelle. Erstmal. Ja. Die Huss.